Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Scharf TV. Ich bin die Sarah von Scharf Production und in dieser Folge werde ich eine Karte gestalten mit der Negativtechnik. Du kannst sehen, ich habe mir dafür nur ein einziges Stempelmotiv rausgesucht und zwar den Astronauten und werde nun bei der Karte ganz verschiedene Techniken miteinander kombinieren. Zum einen die Stempeltechnik, zum anderen die Aquarelltechnik und zum Schluss noch die Embossingtechnik. Als erstes schnappe ich mir den Astronauten und stempe ihn einmal auf der Karte ab. Und zwar mache ich das nicht mit normaler Stempelfarbe, sondern mit Versamark, denn dieses ist eine Art Kleber, woran später dann das Embossingpuder haften bleibt. Ich habe mir Embossingpuder gewählt, welches durchsichtig ist, denn es soll ja eine Negativtechnik entstehen. Aber was ich da genau mache, das zeige ich dir gleich später noch. Jetzt, wo ich das Puder übertragen habe, werde ich dieses erstmal erhitzen, denn dann verschmilzt das Puder und verschmilzt sich quasi mit der Karte und es entsteht ein erhabener Effekt. Viel kannst du jetzt hierbei noch gar nicht sehen, denn es ist ja durchsichtig. Beim Erhitzen kann es passieren, dass sich die Karte etwas wölbt, aber das ist gar nicht so dramatisch. Das legt sich meistens später wieder. Oder als kleiner Tipp, falls es nicht so gut funktioniert bei dir, versuch unbedingt mal ein anderes Papier. Kommen wir zum nächsten Step und zwar Aquarellieren. Ich habe mir hier einen Wassertankpinsel geschnappt und zwar ist es bei einem Wassertankpinsel so, dass es eigentlich wie ein ganz normaler Pinsel ist, aber hinten in den Bereichen, wo man den Pinsel anfasst, den kannst du quasi mit Wasser auffüllen und brauchst kein extra Wasserglas daneben. Das ist eine ganz praktische Sache und gerade auch für unterwegs oder einfach so zwischendurch immer gut zu gebrauchen. Diese Pinsel kann man auch sehr gut einfach auf Wilhelmine ausstreichen, wenn man eine Farbe dosieren möchte oder den Pinsel sauber machen möchte. Ich würde auch immer empfehlen, Wilhelmine dabei nass zu machen, denn dann funktioniert das noch wesentlich feiner. Ja und ich werde jetzt den Astronauten quasi aquarellieren. Dafür habe ich mir Farben ausgewählt, die zum Weltall passen. Also ein dunkles Blau in die Richtung schon schwarz, etwas grün mit rein. Und ich werde aber auch Metallic Farbe mit einarbeiten und zwar ein glänzendes Silber, sodass es quasi noch einen Highlight Effekt dazu bekommt. Wenn man mit einem Wassertankpinsel aquarelliert, kann man quasi hinten drauf drücken und somit etwas Wasser vorne aus der Spitze heraus drücken und somit das Wasser punktuell dosieren. Also wenn du an einer Stelle mal etwas mehr Wasser haben möchtest, dann drückst du einfach einen Tropfen mehr aus dem Pinsel heraus oder wenn du mal etwas weniger haben möchtest, dann einfach mehr verstreichen oder nur ganz minimal das Wasser darauf geben. Natürlich kannst du auch immer Wilhelmine nehmen, um das Wasser nochmal auf der Pinselspitze zu dosieren oder auch den Farbauftrag zu variieren. Das funktioniert wirklich total super. So, ich habe jetzt nun meinen Farben, die ich hier aufgetragen habe, immer wieder Metallic Farbe untergemischt, sodass man später einen glänzenden Look hat. Aber abschließend möchte ich gerne noch ein paar silberne Farbspritzer extra mit drauf geben, die vielleicht ein bisschen die Sterne symbolisieren und einfach ein glänzendes Highlight schaffen. Dafür ist es wichtig, dass du die Karte vorher richtig gut trocknen lässt, bevor du die Spritzer aufträgst. Und dann habe ich hier einfach einen Pinsel genommen mit sehr harten Borsten und dann damit die Farbe aufgenommen und die Spritzer mit dem Finger auf der Karte verteilt. Erzähl mir super gerne in den Kommentaren, wie dir diese Karte gefällt und ob du Lust hast, das genauso mal auszuprobieren. Und im Anschluss verlinke ich dir nochmal ein Video, da habe ich auch schon mal die Negativtechnik angewandt, aber ganz anders.